Wir bereiten uns gerade hier auch den Safety-Check vor, um morgen dann auch an den Flügen teilnehmen zu können. Da wird jetzt erstmal geschaut, was die Drohne kann, geschaut, ob alle Systeme funktionieren. Und das ist doch schön gepocht. Ich habe 2,5 Stunden geschlafen. Das ist ein guter Durchschnitt für die letzten 2 Wochen. Es regnet noch leicht, es soll aber später aufhören. Wind haben wir nicht viel. Also eigentlich alles gegeben wird mit Flügheit. Top, was sagst du zu wie viel Prozent fliegen wir heute? Ich bin optimistisch, 95 Prozent. Sehr gut. Wie ist die Anspannung? Die ist hoch, die ist richtig hoch. Die sind so gut. Ich habe diesen Schmache in der Stadt vor. Ich habe diesen Sprüche bewegt. Ja, ich habe diesen Sprüche bewegt. Wir mit meinen Schlüten. Die sind schmerzen. Ist die ein Sprüche bewegt. Das ist die Wаздung. Das ist die Wäldung. Das ist die Wäldung. Musik Ja, nach dem erfolgreichen Flug wird jetzt noch die Traglast ausgenommen und wieder zurückgegeben. Außerdem wird noch Batteriecheck gemacht und vermutlich auch die aufgenommenen GPS-Daten noch extra auf dem USB-Stick gespeichert. Daumen drücken. Daumen drücken, ja. Also das Ding ist es, es kann halt sein, dass gar keine Targets sind. Die Targets liegen hier aber in einem 80 Meter Korridor und sind hier. Wo liegen die? In einem 80 Meter Korridor. Hier. Ne, also von... Ich hab auch so von... Von hier bis zum Ende der Startbahn und dann 80 Meter nach oben. Also Leon, der hatte gerade nach dem Flug jetzt die Target Detection aus. Er hatte Verbindungsprobleme mit dem LTE-Modul, deswegen hat das Streaming auf die Webseite nicht geklappt. Und Leon wird jetzt manuell die Targets, äh, die erkannten Targets vom Flight Controller auf seinem Laptop bespielen und es dann an die Jury übergeben. Und das, also... Da bin ich jetzt von was auf dem Ausgang. Das heißt, ich weiß, wie das jedes Target-Termin-Modul ist. Das Problem war, dass wir davon ausgegangen sind, dass es fünf verschiedene Targets je einmal gibt, aber es verschiedene Targets mehrfach gab und manche gar nicht. Und da der Leon in seinem Code aus den fünf besten Detections den Mittelwert bildet, war bei den Targets, die doppelt da liegen, die Koordinate irgendwo in der Mitte. Und damit war der Code los und jetzt haben wir in der Postauswertung immer nochmal hin gedurft. Aber wir haben es hin geklappt. Ja, wir sind gerade im Huda-Club und wir freuen uns auf die Preisverleihung. Die ist jetzt, glaube ich, schon in einer Stunde oder so, aber jetzt gibt es erst am Eisen. Also wir sind schon sehr gespannt. Okay, alles fertig. Dann hören wir uns danach nochmal. In this case, I'm the one who is presenting the third place. And the third place goes to... Don't get it wrong. Don't get it wrong. To Helios in Mexico. You can come back and see if you're a fan of the other place. The second prize goes to... Chicken wings. Yeah. 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 ... 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 Mehr Fehler gemacht und das allerwichtigste war, dass wir immer zusammengehalten haben. Ich glaube, deswegen haben wir tatsächlich so gut gekonnt und ich möchte mich noch bei euch allen bedanken. Der NFC 2020 hat auch im Nachhinein einfach ultra Spaß gemacht mit dem Team. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei den nächsten Projekten und Bezug weiterhin vor Gast zu geben, um zu schauen, dass wir unsere Krone mal abseits von guten Wettbewerbsplatzierungen in der realen Welt einsetzen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr weiter über uns durch den Laufenden bleibt. Vielen Dank.